Willkommen zurück, Leute, zu The Evil Within. Ja, da sind wir wieder. Äh, hier. Im netten, beschaulichen Ruin-Viertel-Dingens. Da ist auch schon was in der Nähe eigentlich. Ich weiß gar nicht, fangen wir diesmal mit rechts an? Oder war links eigentlich ganz gut? Da hab ich aber irgendwie am Anfang schon so viel verballert. Vielleicht wär da sogar ne Granate gar nicht schlecht, aber die braucht man auch wieder im Notfall. Ja? Ist das so? Ich bleib mal hier im Schleich-Modus. Vielleicht magst du dich auch hinschleichen, Joseph. Ach, da hab ich das Scharfschützengewehr benutzt, ne? Jetzt kommt der aber näher. Der I-I-I-I-I-Di. Oder auch nicht. Jetzt geht der wieder. Und macht die Tür zu. Ja, das war's mal wieder. Okay. Ähm. Es ist gerade sehr... Oh nein. Wo geht er denn hin? Oh oh. Das war gut. Kriegt er den hin? Ja, machst du schon, ne? Läuft. Vielleicht könnte man die da oben auch nochmal, äh, klarkriegen. Na? Es ist immer ein bisschen was anderes, wenn man mit Controller spielt. Das ist doch schön gelaufen. Den haben wir auch. Oh, da oben ist noch einer. Kommt der raus? Geht der da irgendwo lang, wo ich ihn sehen kann? Ja, da oben läuft er. Schön. Nicht bewegen, mein Bester. Ich muss hier ein bisschen, äh, Zielen üben. Das war's. Das waren die zwei da oben. Das lief doch schon mal ganz gut. Ja, es ist gerade sehr lustig. Ich habe gerade nämlich dasselbe mir bei Gronkh angeguckt. Und gedacht, ich schaue da mal rein. Schau mal, wie er das so gemacht hat. Ich habe mich echt köstlich amüsiert. Ähm. Einfach aus dem Grund, weil... Äh, er einfach wirklich hat Joseph alles machen lassen. Und ich dachte mir so, okay. Wieso eigentlich nicht? Na, kommst du noch oder nicht so Bock? Okay. Machen wir es eben so. Nimm mal die Axt ruhig mit. Ich finde eine Axt super. Wir gehen mal einfach hier lang. Oh, oh. Oh, oh. Das war nicht so gut. Ich dachte, ich schaffe es noch schnell wegzulaufen. Oh, da haben wir ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, nicht schlimm. Da nimmt man sich eine Spritze. Das geht schon wieder. Die ist ja jetzt entbombt. Oder so. Hier bin ich mir nicht so sicher, ob dieser Kältedingens hilft. Oder einfach doch gleich die Axt. Hm. Okay, da sind ganz viele. Wo ist denn der Joseph? Die sollen mal alle kommen. Und nicht nur einer. Wo ist er denn? Er steht hier einfach und wartet. Okay. Wenn wir die von unten alle platt machen, ist das schon mal gut eigentlich. Ich kann die auch irgendwie nicht anzünden. Immer ist dieses Ding im Weg. Jo. Der war auch gut. Da waren aber noch mehr. Kriegen wir dich? Oh. Da ist die Muni auch schon alle. Oh. Nimm mal die Axt besser mit. Muss natürlich auch immer mal was finden. Komm mal her. Nee, nee, nee. Bleib mal hier. Wir sprinten sonst weg oder so. Hallo. Dann eben so. Dann eben auf die ganz alte Art. Schön. Oh oh. Nein. Nein. Eher nicht so. Vielleicht kannst du mich ja auch mal heilen, du Joseph-Typ. Echt. Ich bemerke nämlich die Bomben immer nicht. Und wenn ich sie bemerke, dann hoffe ich immer, dass ich herkomme. Wieso habe ich ihn jetzt geheilt? Echt, das... Ich will geheilt werden. Ich mit meinen Spritzen. Das ärgert mich schon wieder. Grund genug, das alles schon wieder nochmal zu machen. Aber egal. Wir gehen einfach mal hier lang. Wir müssen wahrscheinlich sowieso überall lang. Hier ist ein Hebel. Was können wir mit dem Hebel machen? Erstmal alles einsammeln. Da sind Streichhölzer. Sind meine anderen denn alle aufgebraucht? Oder was? Oha. Nein. Was habe ich getan? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich was Dummes getan? Was liegt da unten? Ach so, das ist die Sonne. Ne, den zünde ich sicherlich nicht an. Das ist nicht so gut. Ich habe irgendwas gemacht. Einen Generator angeschmissen. Für was genau? Ich nehme mal lieber die Axt. Die Axt ist viel besser als die Flasche. Wenn es hart auf hart kommt. Wir können wieder was ausrüsten. Das ist gut. Ich weiß ja, dass die Flasche hier ist. Ach ja. Wo geht er jetzt hin? Okay, nimm das mal mit. Ja, ja. Ja, okay. Oh, oh. Bist du okay? Nee. Okay. Ich glaube, ich muss die Bombe entschärfen. Wenn ich hier sterbe, dann darf ich wieder alles nochmal machen. Das wäre sehr ärgerlich. Ich muss es versuchen. Oh Gott. Nimm mal, ähm, die andere. Die da. Das will ich haben. Oh, ey. Ich habe keine Muni dafür. Das nervt. Wie können wir die dann irgendwie mal klar machen? Vielleicht einfach mal eine Granate nach unten werfen? Aber da müssten alle beieinander stehen. Ist auch blöd. Okay, wer schießt jetzt hier? Wo schießen die? Wer? Ach, die machen hier die... Ah ja. Okay. Kannst du dir das schnell nehmen? Ja, ja, äh. Wer steht hier am längeren Hebel? Sozusagen. Dass die hier das machen. Kannst du dir das schnell nehmen? Oh, oh. Wunderbar. Kannst du den... Schalt ihn aus. Genau. Wunderbar. Mach den mal klar. Mach den fertig. Fertig. Okay. Cool. Das findet ihr doch mal an. Ja, super. Oh, Mano. Was stehe ich denn hier? Mano. Wenn die... Wenn die Dinger nicht gekommen wären, ne? Dann... Aber so ist es ja immer. Aber wenn die nicht gekommen wären, dann... Hätte ich es eigentlich ganz gut gemacht. Ach, ich darf hier nochmal machen. Ach, und da stehen die. Ach so. Ja, okay. Vielleicht stehe ich hier auch nicht so richtig gut. Wirklich. Erstmal wieder die Bombe. Von der Bärchen. Hab ich noch ne... Spritze? Ja, hab ich. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich hier das machen werde. Und die Axt. Ich hab die das letzte Mal gesucht. Man sieht ja auch, wo sie sind. Aber sie kommen hier auch hin. Also von daher... Ne, komm. Nimm mal die Axt. Kann der Joseph mal... kommen? Oh Mann, ey. Ne. Könntest du dich darum kümmern? Er kommt. Hilf mir doch mal. Hilfe. Wo ist meine Axt? Hab ich die noch? Ach, ich hab sie noch. Ähm. Ähm. Da lag noch Munition. Es tut mir leid. Ja, ähm. Das war die Granate. Das war nicht die Axt. Ich steh da nicht rum. Bitte. Und nimm die Muni mit. Ist dann auch noch Muni hier unten? Ist hier unten auch noch was, was jetzt wieder neu generiert war, was... Babababa, was ich nicht eingesammelt hab? Oder... Alles dabei. Die Flasche steht hier jedenfalls nicht mehr. Ich hätte doch rechts... Äh. Doch. Nee. Rechts lang gehen sollen. Ja. Läuft ja, ne? So. So, 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 so. Das ist auch gut. Ähm. Wir haben aber irgendwie nie was für die Schrotflinte, deswegen packe ich halt die Pistole da rein. Und glade die auch mal neu. Ja, schieß doch. Oh Mann, oh. Muss hier aber lang laufen. Wieso wirft er hier mit der Axt? Ist der doof? Oh. Der schnelle Weg. Da kommt der nächste. Ja, äh. Wo kommt der denn her? Nee, 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 nee. Lass das. Geht mal in Flammen auf. Oder auch nicht. Ja. Toll. Ich sterbe gleich. Oder ich sterbe jetzt. Kommt hier der nächste jetzt oder nicht? Okay, dann, dann lauf. Mit laufen meine ich eigentlich was anderes, aber... Nein! Okay, cool. Aber die Dinger, ich muss auf die Dinger aufpassen. Da ist noch Glibber. Wo kommen die hin? Lauf mal. Oh, ey. Ich... Da kam doch gerade nix. Wie oft soll ich das denn noch machen? Oh, jetzt fängt's an, mich aufzuregen. Echt, also... Ja, weiß ich nicht. Das ist... Ja. Ich will, dass ihr sterbt da oben. Das ist das, was ich will. Immer wenn ich nichts höre, denke ich halt... Komm, jetzt hast du Zeit. Und Pustekuchen. Ja, das denke ich mir so. Aber... Ich bleib bei der Pist... Ich bleib bei der Axt, aber mit Pistole, wenn's geht. Ich weiß auch nicht. Und er läuft jetzt, oder was? Ja, komm, dann laufen wir auch. Ja. Die Pistole bringt irgendwie an der Stelle... Auch mehr... Er trifft mich ja eh nicht. Der Blöde. Aber der andere, auf den muss ich auch aufpassen. Da kommt ja immer auf einmal einer. Da ist er nämlich. Den übersehe ich jedes Mal. So, jetzt werfe ich mal eine Granate, oder? Geht so, immer noch. Er fragt mich immer, ne? So, im Moment benutze ich ja nur eine Spritze. Das geht ja noch. Ich hab schon mehr benutzt. Kann's auch mal nachladen, glaub ich. Okay, mit Pistole nicht. Nehmen wir mal die Schrotflinte jetzt. Immer diese blöden Typen da oben. Ey! Ey! Ich bin doch schon geduckt gewesen! Nein! Nein! So, das ist gut. Immer noch, aber die treffen mich gleich wieder, wenn ich nicht aufpasse. Nimm das, was hier liegt. Was ist es? Und das. Okay. Schön. Bist du okay? Vielleicht mal schön in der Ecke. Die schießen ja gerade wieder. Und... Ja, da kommen sie nämlich. Okay. Laufen. Auf den Trick bin ich nämlich schon mal reingefallen. Hier ist nix. Da ist Muni. Komm, schaff ich's diesmal. Ja, dann geh mal hier runter. Wir können ja auch lustig wieder die Leitern hochgehen. Das ist ja nicht das Ding. Lieber. Joseph soll das eigentlich mal machen. Wieso eigentlich ich? Nimm mal noch eine Spritze. Wir haben noch eine. So, wenn ich jetzt die Dinger hier öffne, habe ich da eine Arschkarte? Ja, hab ich. Okay, cool. Nimm die mal wieder. Yeah. Okay, ich hoffe, die stehen nicht wieder auf. Ich lasse mal meine Streichhölzer hier. Lebt der noch? Nee, ihr lebt noch. Was ist in den Kisten? Das lief ganz gut. Kann ich nicht sagen, dass das jetzt so schlecht lief. Die Granate war gut, dass ich die noch hatte. Nein. Und diese, diese... Oh, ey. Ich kann ja gerade nicht weglaufen, wenn er auf die Kiste haut. Vielleicht war das auch blöd, aber egal. Jetzt ist das Ding hin. Mir egal. So, hier waren wir schon überall. Wir wollen ja irgendwo nach oben. Hier waren wir auch. Im vorigen Part nämlich. Wo schießen die jetzt wieder? Wir schießen da hin. Okay, und da sollen wir die Leiter runter? Oder warum schießen die? Ist hier noch was? Hier waren wir auch schon mal. Jetzt habe ich die Axt gar nicht mehr, ne? Ist da einer? Oh, der Joseph. Der Joseph. Ach so, wir sind jetzt hier einmal im Kreis gelaufen, oder what? Oh, oh. Was ballern die da auf mich runter? Ich weiß es nicht. Okay. Wir sind ja diesmal... Wir sind ja jetzt rechts. Vielleicht nochmal den anderen Hebel. Ach, der geht gar nicht. Okay. Dann hat sich das erledigt. Ja, die fackeln immer mit. Wir werden ja sowieso schon gesehen. Wir können ja auch Fackel statt Axt nehmen. Da muss ich aufpassen. Äh, sprinten vielleicht? Soll ich da hin sprinten? Ich glaube, das könnte klappen. Aber ich habe Angst, dass Joseph dann was passiert. Mach mal dein Ding. So, und jetzt lauf. Komm. Oh. Fackel nehmen. Kannst du das gleich mal umstürzen irgendwie, damit wir das irgendwie woanders haben. als da vielleicht, genau. Da ist doch viel besser. Wenn wir das Ding gleich brauchen irgendwie. Dann wäre vielleicht ein schlecht. Joseph, kommst du? Oder nicht? Kein Bock? Guck. Okay. So. Ich komme. Jetzt bin ich wieder hier? Waren wir hier nicht schon? Oh, nö. Ich dachte, ich komme ganz woanders raus. Nein, lauf. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Ey, das ist doch. Zum Himmel zwirn noch eins. Keine Ahnung. Mann. Ja, tolle Wurst. Echt. Ja, ich werde es nie schaffen. Ich werde hier noch elendig sterben. Ich werde das nochmal machen müssen. Ich habe es ja alles schön erledigt. Und das war gar nicht so schlecht. Und das müsst ihr mir sagen. Sonst spiele ich nicht weiter. Nein, doch. Natürlich tue ich das. Aber es ärgert mich jetzt schon, dass ich so doof bin und wieder in so ein Ding reingerannt bin. Ja, ich mache es nochmal. Das nächste Mal dann ohne euch wieder. Damit ihr es nicht zum Hals euch raushängt. Und mal gucken, wie weit ich dann komme. Und dann sehen wir uns wieder. Irgendwo. Wenn ich schon einige Gegner hinter mir habe. Im nächsten Part von The E-Bow we sind. Bis dann.